Hallo und herzlich willkommen zu den Abercross-Foren. Seit diesem Jahr haben wir auf Basis vom Service-Management eine eigene Ticketing-Lösung. Am 22. September findet die erste virtuellen Forum zum Thema Ticketing mit einem interessanten Praxisbeispiel statt. Zuerst zeigen wir Ihnen einen Überblick über Service-Management und den Weg zur Ticketing-Lösung. Nachher sehen Sie, wie unseren Vertriebspartner Customize ihre Support-Fälle erfasst und bearbeitet. Zum Abschluss schauen wir Cockpits und Auswertungen zum Thema Ticketing an. Zwischenzeitlich haben Sie immer die Möglichkeit, mit uns über digitale Tools zu kommunizieren. Sie sind live dabei. Und nicht nur da. Am Schluss vom Forum haben Sie die Möglichkeit, uns am Wettbewerb einen iPad zu gewinnen. Melden Sie sich jetzt an. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Melden Sie sich jetzt an. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.